Ach ja. Man, ist das ein schöner Ladebild hier. Ja, Mann, ist das so? Oh, da ist er wieder. Ach, dieser Ladebildschirm, wie ich ihn vermisst habe. Unser Freund, der Ladebildschirm. Warten auf Einsatz. Der Feind sich bereit zu machen. Äh. Doch nicht. Ich sehe keinen Gegner. Ah, jetzt. Den Toten. Den zweiten Toten. Strählen. Die rauschen alle nur vorbei und sind tot. Ich sehe das, people. Ein Profi. Ein Profi. Der Finale. Ha. Welt. Ah, fuck. Ja? Ja. Ich habe es gerade so überlebt, weil man nicht mehr sterben konnte. Jetzt leckerchen wir den Feind. Okay. Welche Taktik. Was wollen wir machen? Wir wollen Linderung machen, gell? Nein, Hamster. Hamster, Hamster. Martin? Ja. Also ich bin direkt in Richtung Hubschrauber. Okay, ich komme direkt. Ich klicke direkt zum Hubschrauber. Ja. Ich kann halt hier jetzt voll in die Hose gehen, weil der ja direkt in der Flugschnall sollst. Ach du Schuss. Ach nee, der ist direkt am Ende. Martin? Schöne eure Auftrag. Bisschen zu spät fast, gell? Müsst eigentlich gehen. Du musst halt nur viele Missionen abschließen, dass dieser Bonus halt stackt. Aber ich glaube, die haben diesen Bonus-Deck auch ein bisschen zurückgenommen. Aber es funktioniert nicht mehr ganz gut. Okay, Martin, wir sind der linke Auftrag. Mit Abstand, you name it? Ja. Ich habe es doch auch markiert, habe ich es doch. Ah, deswegen. Das sind zwei Blöden noch im Geld nebenan, oder was? Ja, die erste ist, oh eh. Geil. Ne, das ist eu. Drei, zwei, eins. Team Arzt! Sind sie auch Deutsche? Ja. Hast du das mit dem Handtuch gesehen, oder was? Ne, die langen Socken. Oh, Schlabulettenkönig. Ah. Ist ja auch von Döner, der an dieser Cola-Dose klebt. Das sind mindestens zwei Stück wesentlich. Ja, die sind abgedreht. Wow. Aufschlag gestartet, aber schwer verletzt. Ja, dann bringt das ja gar nichts. Gebt mir ähnlich, gebt mir ähnlich, gebt mir ähnlich. Au, 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 au. Komm, 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 rein. Die Hubschrauber. Wo, wo müssen wir denn hin? Das ist mal weg, Alter. Ne, ich brauche eine Markierung, wo ich hinfliegen muss. Duisburg. Ich muss ich alles für euch machen, hier. Auf, Karte, die markieren. Ja, guck mal, Martin, wie wir jetzt schon den ihr Team mitmachen müssen. Machen wir doch eben. Machen wir doch eben mehr oder weniger auch, oder? Ja, stimmt. So, Hotel Top 5 und ich sehe da nur Martins Namen mit Geld. Weißt du, das ist ja... Ja, wir haben das Hamster. Ich bin Top-Fertien, aber... Kannst du schon mal das nächste Mal markieren, Pippin? Äh, ja, ich gehe schon mal schuhen. Nein, danach sind wir dran. Aufwand abgeschlossen. Ich bin nämlich in 90m beim Hamster. Ich kriege was ab, oder? Äh, beim Blindern. Martin. Ja. Blindern geht gleich los, gell? Gött. Ja, kommt die nicht noch mal da. Ich springe. Vorratskiste markiert. Sichere die Waren. Das wäre jetzt aber gut, wenn ich was will. Da. Nö. Irgendwie scheint feindlich zu sein. Ja, hat mich. Den nicht. Ja, das ist auch... Definitiv nicht bei deiner Markierung, sondern in eine komplett andere Richtung. Ja, dann halt der aber runter. Da springt noch einer runter. Hast du ihn schon gefunden? Hab ihn. Aber wir können nicht. Nee, weil ich aktiv bin. Die Moneymaker ist ready. Wurdest du gerade abgeschossen? Nein. Ich sehe, ich sehe, ich sehe aber wo. Wo? Backyard. Ich treffe... Ich treffe... Hab ihn. Hab einen. Ich bin down. Hab den zweiten K.O. Ja. Also ich hab einen von denen auf jeden Fall noch K.O. Kann auch sein, dass ein Zephyrwife hat. Fuck. Hm. Doch nicht bei euch, ne? Das war ein Vierer Team, aber halt zu sort. Ich hab einen von Tick-Tack. Ja gut, da haben wir eigentlich keine Ahnung von Tick-Tack. Ja. Von Tick-Tack. Das auch nicht. Dann lass uns woanders... Ja, guck mal. Ja, wir sind jetzt eh bei der Kiste, wir sind eh bei der Kiste, das heißt, wir können bei der Kiste runtergehen. Bei welcher Kiste? Außer Henne, schnapp du dir mal die Kiste, dann können wir vielleicht noch bei der nächsten runtergehen. Ja, da fehlt noch eine. Ach so, okay. Ach so, und ihr seid hier bei mir? Ja, ja. Zeig ich dir. Aber denk doch, du hast den Gegner irgendwo. Ah, ne. Ist bei mir hinten. Naja, vielleicht reicht... Naja, es reicht nicht ganz. Ja, und lass die Plünderer starten, die hier... Fuck, ich bleib schon! Bei mir, bei mir, bei mir! Relativ nah! Ich hab aber keine Sicht. Ich plünder hier oben schnell, dann... Oh, fuck! Auch ein Gegner hier oben. Trostartel! Primärer Landezone markiert! Extraktion in Bereitschaft! Ist Thermal... Thermal bei mir da... Was? Fuck! Ich hab den Modus gefickt, hat er mich getroffen! Aufm Berg oben! Hab' noch... Den, ja? Man hat überhaupt keinen Sinn, da rumzusnipen in dem Modus! Natürlich nicht! Aber du weißt doch, wie die... ...nimmer sind! Hier unten! Hol' dir das, okay? Jo, ey, komm! Mach's ja weg! Ich zieh' ne Drohne! Drohne gezogen! Verbündete Drohne hinter uns! Scheiße, ich muss den Helio hier oben zu stillen! Ja, nach oben! Äh... Wenn jemand nen Clusterschlag oder so hat, wär super! Vor nix! Hey, komm! Ah, fuck! Jetzt fliegt da noch irgendjemand mit diesem Schafi-Recht, den wir filmen müssen! Und dann... Ach, nö! Feindlicher Heli! Wie lang? In zwei Minuten sind wir jetzt blockiert? Fuck! Ja, außer irgendjemand zerschießt bei diesem scheiß Heli! Ich bin doch schon dabei! Ich bin doch schon dabei! Ich bin doch schon dabei! Ja! Ich bin doch schon dabei! Ja! Ja! Mit Prinzionsumschlag! Ja! Ja! Ich hab ne Plünderung hier liegen! Jo! Ich hab ne Plünderung hier liegen! Ja! Ich laufe, erste Kiste! Ich laufe, erste Kiste! I'm Destroyer! Verbündeter Radarstörer ist online! Was habt ihr für den Gegner? Erste Kiste! Abgearbeitet! Ziele gefunden! Begebt dich zur nächsten Position! Auftrag aktualisiert! Ein neues Zielabjekt! Wo dich letztendlich hierher! Nee, die Kiste ist nicht weit oben! Ja, die ist bei mir! Ich komm hoch! Ja! Gefinished! Ich komm hoch, gesprungen, dauert aber noch! Ich kann die Kiste holen! Okay! Ich bin jetzt auch langsam oben! Nice! Ich hab die Drohne! Oder... Ich hab den Kopf! Äh, Kopfgeld! Scheiße! Da kommt einer Runduhr! Ich hab abgeschossen! Rüstung Breach von einem! Wo, 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 wo! Direkt vor dir am Kampf! Ist markiert! Da, 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 da! Genau in deiner Blickrichtung! Ah, Granate! Ich hab seine Rüstung breached! Aber bin leer! Wir mussten ja eben nur unter mir sein! Ja, das wollte ich... Uh! Kippschneider bin runtergegangen! Das war ich! Hau die Bauten! Ich seh nix mehr hier! Aber ich seh keinen Gegner! Ah! Ach Gott! Ich bin wieder mit den Ecken hängen geblieben! Das gibt's doch nicht! Scheiß Baumweg, Alter! Ja, genau sowas! Ich versteh nicht, wie ich den jetzt nicht getötet hatte! Von wo? Ach, da, äh, der ist hier unten bei uns rumgelaufen! Wir müssen uns durchkommen! 4, 2! Dank der! Der ist ja links den Weg lang gelaufen! Der ist, der... Der ist vielleicht von oben gesprungen! Wo ist die ein Vieh? Verbündeter Clusterschlag ist unterwegs! Verbündeter Clusterschlag ist unterwegs! Irgendjemand, irgendeine Ahnung! Ach, das gibt's doch nicht! Direkt hinter dir die Hände! Ja! Haben ihn! Gefädelt! Sehr schön! Kannst du den Weichen beeilen? Es wird eng! Es wird eng! Ja! Ja, ich wusste nicht, ob da noch einer ist! Ich wusste ja nicht, ob der allein ist oder nicht! Naja, macht der Nächstes ja nicht schlimm! Hauptsache das Geld ist da! Da ich relativ wenig Muni hab, musste ich ein bisschen gucken! Da kommt wieder einer, ja! Nimm meinen Ballon mit! Drohne ausgelöst! Verbündete Drohne in der Luft! Stöbern wir sie auf! Ich hab heute nicht gesehen, wo genau der runtergegangen ist! Ich muss mir die nächste Mission annehmen! Du bist denn auch noch zwei? Ja, Opsa! Da! Landet auch gerade einer! Und rennt jetzt in eine Richtung! Ich nehm mir hier einfach mal diese Schlangenmission an! Dann haben wir zumindest mal eine! Wir könnten auch mal das Gefühl! Zum nächsten Gebiet! Der ist zum Auto! Ja! 3 Minuten! Da muss ich ein bisschen zum Glück da hoch! Ah! Das kannst du vergessen mit dem Auto mal! Die Drohne? Jo! Da war ein Auto! Ich hab noch mal den hinter der Lüge kommt einer! Stöbern wir sie auf! Verbündeter Clusterschlag ist unterwegs! Da redet einer mitten durch die Base! Feindliche Drohne ist aktiv! Armour Breach! K.O! Down! Ja! Ja! Der wollte hier Rüstung und sowas schnappen! Aufklärung... Aufklärungsdaten gesichert! Wo ist gemacht! Ich werfe den Störer! Verpflichtet die Radarstörer ist online! Heli! heli markieren naja ist vielleicht nicht schlecht fahr mal zum heli ich komm mit gegner ja es klappt da noch einer auf dem dach das gibt es nicht der auf dem dach lebt noch ich scheiße der hat mich gesehen der rüstung ist breached den nicht ja ich liege so um wiederbelebung ist für meine statistik nicht für dich ach ne ich kann das denkst wo ist denn der jetzt keine ahnung ich hab den hübschrauber wo ist denn der nix in der stadt komm mit der gegner runter jetzt hören wir nicht wo weil der heli nicht hier bei mir ist einer wir bräuchten die nächste markiert der fein schmeckt über dem gebiet ab achten unten hinter dir ich hab mich gerade umdrehen wollen ich hab auch einzeln schluss außerdem gehabt da kommt was angefahren ich geh mal schnell runter zu diesem auftrag komm gleich wieder ja au irgendjemand vom dach hat mich abgeschossen au down feinde landen im einsatzgebiet einmal hin ist aufgesammelt wo ist denn der hamster noch wow von da das bin ich ich hab gerade 160.000 wow wir müssen mal mit der ammo in den ballons hin da rein zwei stück hier bei mir gewesen au ich komm aus diesem haus hier nicht raus ja ich geb die gleichdeckung ich werd grad aufs geld los da oben ist einer da oben ist einer nein glück habe ich deinen kampfschild hö 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 da wutsch如果 überm guck ich seh nur eine leiche da leg dich ja bush durch hier so will ja ist down der ist noch ein hubschrauber oben ist auch noch ein gegner wow hagel zu einer hagel Der Kampfenhubfrauber hat mich gekillt. Das ist noch ein perfekter Helix. Ich glaub, die Hamptwäsche sind immer nicht mehr hin. Der Kampfenhubfrauber hilft uns gerade. Richtig. K.O. Ich hab assist. Okay, Feuer, Feuer auf den Helix. Scheiße, dann geht mein Wind daneben. Ich seh nicht mehr die Kampfenhubfrauber. Ja. Lillian. Licht auf, Lichter hier oben, direkt bei Tobi. Mit Tobi war Bunker, das ist immer noch nicht. Aber im Bunker drin, wo ich mein Kett hab. Ich seh nix. Wer holt die Kette? Warum vom Melee? Ich versuch's. Da unten einer. Bin unterwegs. Da geht jemand gerade runter. So. Scheiße, die sind schon in der Verlängerung. Au, 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 au. Ich werd abgeschossen. Scheiße. Ja. Das Geld hat sich jemand anders geschnappt anscheinend. Fuck, ich bin grad rausgespielt. Auf dem Weg. Ich werd von oben rausgespielt. Sehr gut, wir werden. Kill'em. Ab hin. Ab einen, Karo. Ich hab dich! Ja, stimmt. Oder lass liegen. Stimmt, liegen lass ist eigentlich cool. Ja, ne, 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 ne. Ja, ne, 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 ne. Ich hoffe, ich hab grad noch die Punkte, um das Geld zu bekommen von dem Typen. Also ich war genau drauf. Wenn er rechtzeitig tot war, müsste ich es noch eingesammelt haben. Was machen wir denn jetzt? Stimmt, das sind immer der 5, also a merius. Was ist denn da? Applaus a merius! Uh! Äääh. Ach du scheiße, wenn sogar ich zwei Abschüsse habe, dann war ja definitiv zu viel los. Ja? Der Tobi hat schon nächstes Spiel gedrückt. ja gut deshalb sind wir halt wirklich zu fünf haben wir für alternative spiele ab der toby rainbow nee aber ich könnte ruhig eine runde ohne mich spielen dann gehe ich jetzt raus nur wenn sie dick gewesen wäre rein metal schreibt sechs maler panzer zur auslieferung bereit was sechs stück der totale krieg alle lager sind geräumt das ist nicht ganz richtig der kann schon mal kaputt machen wenn er will hundehütten holz schuppen wohnwagen kann auch kaputt machen wir geben waffen mit munition ab und hier ohne für die halbe verteidigung so funktioniert das nicht fand ich ganz witzig dass wir versucht haben die zu bescheißen also spiel fertig verlassen genau was ich gerade so gut bin von händler bis zuerst gehört einfach hier einfach hier getroppt ich bin immerhin in den zocken abend das ist scheinbar